Endlich ist Wochenende. Endlich ist Wochenende. Endlich ist Wochenende. Endlich ist Wochenende. Wir sollten irgendwas essen. Wir sollten irgendwas essen. Kennst du dieses Gefühl? Kennst du dieses Gefühl? Kennst du dieses Gefühl? Das Glas ist voll. Das Glas ist voll. Das Glas ist voll. Ich kann nicht glauben, wie dumm sie ist. Ich kann nicht glauben, wie dumm sie ist. Ich kann nicht glauben, wie dumm sie ist. Sie geht gern in die Schule. Sie geht gern in die Schule. Fabian möchte nicht fliegen, da er Angst hat. Fabian möchte nicht fliegen, da er Angst hat. Fabian möchte nicht fliegen, da er Angst hat. Bleib bei mir Bleib bei mir Alle fanden den Film gut außer dir Alle fanden den Film gut außer dir Alle fanden den Film gut außer dir Er ist unheimlich stark Er ist unheimlich stark Er ist unheimlich stark Dieses Material ist besonders hart Dieses Material ist besonders hart Dieses Material ist besonders hart Sie muss heute zum Arzt gehen Sie muss heute zum Arzt gehen Sie muss heute zum Arzt gehen Bring mir die Flasche Bring mir die Flasche Bring mir die Flasche Bring mir die Flasche Das Ziel ist, so viel Produkte wie möglich zu verkaufen Das Ziel ist, so viel Produkte wie möglich zu verkaufen Das Ziel ist, so viel Produkte wie möglich zu verkaufen Jeder Sekunde zählt Jeder Sekunde zählt Jeder Sekunde zählt Wir werden euch in dieser Runde schlagen 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 Wir werden euch in diesem laying Diese Schuhe passen mir einfach nicht Diese Schuhe passen mir einfach nicht Sie werden alle aus dem Fenster schauen. Sie werden alle aus dem Fenster schauen. Sie werden alle aus dem Fenster schauen. Er würde sich gerne neue Klamotten kaufen. Er würde sich gerne neue Klamotten kaufen. Er würde sich gerne neue Klamotten kaufen. Diese Ideen klingen wunderbar. Diese Ideen klingen wunderbar. Du musst mir versprechen, nichts zu sagen. Du musst mir versprechen, nichts zu sagen. Du kannst die Äpfel in die Schale legen. Du kannst die Äpfel in die Schale legen. Die Ausstellung war wirklich großartig. Die Ausstellung war wirklich großartig. Diese Menge Mehl sollte reichen. Diese Menge Mehl sollte reichen. Diese Menge Mehl sollte reichen. heute ist es extrem heiß. heute ist es extrem heiß. heute ist es extrem heiß. ich werde Angela eine Postkarte schicken. ich werde Angela eine Postkarte schicken. ich werde Angela eine Postkarte schicken. ich habe dir eine Nachricht geschickt. ich habe dir eine Nachricht geschickt. die Temperaturen sind unter 0 Grad gefallen. die Temperaturen sind unter 0 Grad gefallen. die Temperaturen sind unter 0 Grad gefallen. wir brauchen einen Plan. wir brauchen einen Plan. kann man dieses Haus noch retten? 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 Er will euch beide sprechen. Er will euch beide sprechen. Er will euch beide sprechen. Kannst du den Ball fangen? 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 Mein Bett ist wirklich gemütlich. Kannst du den Ball fangen? Kannst du den Ball fangen? Wir sind in den Bergen sehr glücklich. Wir sind in den Bergen sehr glücklich. Kannst du den Ball fangen? Wir sind in den Bergen sehr glücklich. Kannst du den Ball fangen? Ist es möglich, den Flug zu stornieren? Ist es möglich, den Flug zu stornieren? Deine Entschuldigung kommt zu spät. 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 Sie wollte schon immer einen Hund haben. Sie wollte schon immer einen Hund haben. Sie wollte schon immer einen Hund haben. Du kannst den Computer dort einstecken. Du kannst den Computer dort einstecken. Dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Wohin sollen wir am Wochenende gehen? Wohin sollen wir am Wochenende gehen? Wohin sollen wir am Wochenende gehen? Wenn ich Blut sehe, wird mir schlecht. 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 Wenn ich Blut sehe, wird mir nicht gelesen. Kannst du mit bitte die Butter reichen? Kannst du mit bitte die Butter reichen? Kannst du mit bitte die Butter reichen? Wann ist das alles geschehen? 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 Ich habe ihn eben angerufen. Ich habe ihn eben angerufen. Das Fest war wirklich unterhaltsam. Das Fest war wirklich unterhaltsam. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich habe bloß zwei Minuten Zeit. Ich habe bloß zwei Minuten Zeit. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Hast du diesen Pass gesehen? 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 Er wählt die Nummer seiner Freundin. Er wählt die Nummer seiner Freundin. Er wählt die Nummer seiner Freundin. Es ist schlimm, dass du nicht mit ihr redest. Es ist schlimm, dass du nicht mit ihr redest. Es ist schlimm, dass du nicht mit ihr redest. Diese Straße führt zum Rathaus. Diese Straße führt zum Rathaus. Diese Straße führt zum Rathaus. Er würde seine Freundin gerne heiraten. Er würde seine Freundin gerne heiraten. Er würde seine Freundin gerne heiraten. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Das hier muss ein Traum sein. Das hier muss ein Traum sein. Das hier muss ein Traum sein. Es war nur ein kleiner Vorfall. Es war nur ein kleiner Vorfall. Es war nur ein kleiner Vorfall. Zuerst dusche ich mich und dann können wir gehen. Zuerst dusche ich mich und dann können wir gehen. Sie werden in Ihrem neuen Auto kommen. Sie werden in Ihrem neuen Auto kommen. Sie werden in Ihrem neuen Auto kommen. Man muss das Böse bekämpfen. Man muss das Böse bekämpfen. Ich werde noch schnell die Fenster sichern. Ich werde noch schnell die Fenster sichern. Ich werde noch schnell die Fenster sichern. In unserer Gegend regnet es oft. In unserer Gegend regnet es oft. Da ist schon Butter drauf. Da ist schon Butter drauf. Es hat keinen Sinn, noch weiter zu kämpfen. Es hat keinen Sinn, noch weiter zu kämpfen. Es hat keinen Sinn, noch weiter zu kämpfen. Man kann nicht immer perfekt aussehen. Man kann nicht immer perfekt aussehen. Das Wiedersehen war einfach herrlich. Das Wiedersehen war einfach herrlich. Das Wiedersehen war einfach herrlich. Das hätte ich nie von ihm gedacht. Das hätte ich nie von ihm gedacht. Das hätte ich nie von ihm gedacht. Dieses Bild gefällt mir am besten. Dieses Bild gefällt mir am besten. Er hat uns seine Dokumente gegeben. 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 Das ist dein neues Handy. Möchtest du ein Stück Kuchen? Möchtest du ein Stück Kuchen? Möchtest du ein Stück Kuchen? Mit seinen Freunden muss er oft lachen. Mit seinen Freunden muss er oft lachen. Mit seinen Freunden muss er oft lachen. Hier werden sich viele Dinge ändern. Hier werden sich viele Dinge ändern. Hier werden sich viele Dinge ändern. Die Meldung sagt, dass es einen Fehler gibt. Die Meldung sagt, dass es einen Fehler gibt. Die Meldung sagt, dass es einen Fehler gibt. Wir sollten das Sofa hier herstellen. Wir sollten das Sofa hier herstellen. Wir sollten das Sofa hier herstellen. Die Erde ist ein Planet. Die Erde ist ein Planet. Der König lebte in einem großen Schloss. 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 Sie ist bereits ins Bett gegangen. Sie ist bereits ins Bett gegangen. Sie ist bereits ins Bett gegangen. Sie konnten das Feuer nicht löschen. Sie konnten das Feuer nicht löschen. Sie konnten das Feuer nicht löschen. Du musst dich der Katze langsam nähern. Du musst dich der Katze langsam nähern. Du musst dich der Katze langsam nähern. Ich möchte auch gerne am Meer wohnen. Ich möchte auch gerne am Meer wohnen. Ich möchte auch gerne am Meer wohnen. Wir wünschen dir eine gute Reise. Wir wünschen dir eine gute Reise. Wir wünschen dir eine gute Reise. Vor Gericht muss man ehrlich sein. Vor Gericht muss man ehrlich sein. Vor Gericht muss man ehrlich sein. Ja, da hast du vollkommen recht. 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 Er möchte nicht auf das Ziel schießen. Er möchte nicht auf das Ziel schießen. Er möchte nicht auf das Ziel schießen. In der Hölle ist es angeblich heiß. In der Hölle ist es angeblich heiß. In der Hölle ist es angeblich heiß. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Möchtest du ein Stück Kuchen? Möchtest du ein Stück Kuchen? Am Himmel sind viele Wolken. Am Himmel sind viele Wolken. Am Himmel sind viele Wolken. In der Hölle sind viele Wolken. Könnten sie bitte in mein Büro kommen? Könnten sie bitte in mein Büro kommen? Könnten sie bitte in mein Büro kommen? Ist das dein Kumpel? Der Präsident sitzt an seinem Schreibtisch. 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 Bitte schicke den Brief direkt an das Büro. Sie hat gestern Nacht kaum geschlafen. Sie hat gestern Nacht kaum geschlafen. Anna kommt heute nicht. Anna kommt heute nicht. Sie ist krank. Sie ist krank. Sie ist krank. Du musst Heinrich anrufen. Du musst Heinrich anrufen. Du musst Heinrich anrufen. Einige Mitarbeiter sind hier nicht glücklich. Einige Mitarbeiter sind hier nicht glücklich. Einige Mitarbeiter sind hier nicht glücklich. Sie möchte das Fenster öffnen. 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 Ich bin so froh, dich zu sehen. 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 Er fühlt sich in dieser Stadt alleine. Er fühlt sich in dieser Stadt alleine. Mir gefällt dieses Gemälde sehr. Mir gefällt dieses Gemälde sehr. Das kannst du in den Müll werfen. Das kannst du in den Müll werfen. Das kannst du in den Müll werfen. Das Geschäft verbessert sich immer mehr. 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 Das Geschäft verbessert sich immer mehr.